Natasana ist die Stellung des Tänzers, des Schauspielers. Natasana wird manchmal genannt eine der Varianten von Shalabhasana, der Heuschrecke, aber es wird nicht genau beschrieben, was die Stellung ist. Heutzutage wird unter Natasana gerne die Stellung von Shiva genommen, die auch als Natyasana bezeichnet wird. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung und dann nimm eine Stellung ein wie Shiva Nataraj in den Murtis. Du beugst das rechte Knie, du gibst das rechte Knie nach links, du gibst die rechte Hand auf das Knie und hältst die linke Hand am rechten Knie und rechter Arm oben, Handfläche nach vorne. Im Zweifelsfall, wenn ich mich versprochen habe, folge einfach dem, was Annika so macht. Das ist Natasana, auch zu nennen Natyasana. Natha ist Tänzer, Schauspieler. Natya ist Tanz oder Schauspiel. Natasana kann aber auch verwendet werden als Synonym für Natarajasana, also von der Stehhaltung ausgehend ein Knie beugen, mit der Hand an den Fußgelenk fassen, Bein nach hinten und den anderen Arm nach oben geben. Also Natasana kann man auch als verwenden für Natarajasana, denn Shiva ist Natha, Shiva ist auch Nataraja.